Servus, hier ist der Tobi. Wir stehen hier vom Lach- und Freuhaus auf der Wiesn. Das ist eines der tollsten und verwirrendsten Fahrgeschäfte auf der ganzen Wiesn. Wir schauen gleich mal rein, ob der Helm einem da hilft, weil ich habe mir da schon mehrmals ein Schädel angekommen, wie ich ohne Helm drin war. Auf geht's! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.